Hallo und willkommen zu unserem Podcast Irland. Heute mit meiner Frau Sarah und mit mir, dem Thomas. Und heute haben wir das Thema für euch Bäckereien. Bäckereien gibt es eine Menge in Irland. Ja, das stimmt. Aber nicht alles kennen wir so, wie wir es aus Deutschland kennen und alles ist ein bisschen anders. Und nicht alles ist besonders lecker, denn die Iren, die sind immer ganz gerne, dass die vieles gerne so im Fett ertrinken. Oder viel Zucker reinhauen. Oder das. Also gerade Fertigkuchen. Aber kommen wir erstmal dazu zu unseren Erfahrungen in den Bäckereien, die wir unterwegs gesammelt haben. Als erste Bäckerei fällt mir immer so ein, klassisch, die Bäckerei Jam. Ja, das stimmt. Jam haben wir tatsächlich entdeckt, als wir rübergeflogen sind für die eine Woche. Das hatten wir schon mal erwähnt. Um ein Haus zu finden. Und da sind wir in Canmera auf die Bäckerei Jam gestoßen. Und haben uns gedacht, komm, nehmen wir uns einfach mal ein Stückchen Kuchen für später mit. Und das war auch ganz gut so, weil als wir im Hotel angekommen sind, hatten wir wahnsinnig Hunger. Und was wir nicht wussten, die Speisekarte im Hotel, die haben das liefern lassen. Und das Essen war so unverschämt teuer, dass uns da doch gerade die Lust vergangen ist. Dementsprechend haben wir dann unsere Plätzchen und Kuchenstücke ausgepackt und haben im Hotelzimmer unsere allerersten Kuchen und Plätzchen von Jam gegessen. Und das war tatsächlich ganz gut, ne? Ganz genau. Das war gar nicht schlecht. Es ist ein schönes, kleines, oder was heißt kleines? Es ist ein Familienunternehmen. Die sitzen in Canmer. Ansässig dort machen die wirklich die Kuchen alle noch von Hand und selbst mit einem tollen Team. Und was wir später auch festgestellt haben, die sind nicht nur dort vertreten, sondern haben auch, Gott sei Dank, eine Filiale in Kork. Ja, inzwischen, soweit ich weiß, auch mehrere noch woanders. Also es sind nicht die einzigsten zwei. Ja, aber man muss wissen, die Läden sind klein. Es ist meistens sehr eng. Sie bieten tatsächlich nicht nur Kuchen und Kekse an, sondern haben auch vor allen Dingen in Kork ein warmes Essen, ne? Richtig, ganz genau. Alles, was das Thema Suppen angeht. Suppen sind ja in Irland sehr beliebt, eigentlich. Lasagne hatten sie immer. Lasagne, natürlich auch. Verschiedene andere Sachen. Wichtig auch, man kann es mitnehmen. Also nicht nur vororts, sondern auch wirklich mitnehmen to go. Selbst, ich glaube, hatten wir nicht sogar Brot. Ganze Kuchen kann man auf jeden Fall auch kaufen. Also die haben wirklich ein großes Sortiment. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und was ich empfehlen kann, unsere Favoriten, sollte man mal probiert haben, ist definitiv Banofi Pie und die Strawberry Rollee. Genau, Banofi Pie findet man tatsächlich öfters in Irland. Machen mehrere Bäckereien. Aber jeder macht es anders. Und bei denen ist es besonders lecker. Also gerade aus dem Kuchen aus. Wirklich mal probieren. Aber auch die anderen Kuchen sind sehr gut. Also das können wir tatsächlich empfehlen. Geht doch einfach mal dahin. Genau. Oder auch gemütlich einkehren. Einfach reinsetzen. Entspannen. Einen Kaffee trinken. Ein leckeres Stück. Aber jetzt wollen wir gar nicht so viel davon reden. Probiert das einfach mal aus. Denn wir haben schon die nächste für euch. Genau. Und zwar ist es das uns aufgefallen. Oder da sind wir zufälligerweise reingestolpert. Auf einem unserer Urlaubsausflüge. Als wenn Donegal oben waren. Das heißt ganz im Norden. Dort gibt es ein schönes kleines Café. Das heißt The Lily Rose. Und das ist in Adavaran in Bunkrana. Die ganzen verlinken wir euch nochmal zum Schluss. Oder schreiben wir rein. auf Twitter oder auf Instagram. Damit ihr da die Namen habt. Das ist doch etwas komplizierter. Ja wie ist es umgangssprachlich immer? Um einen irischen Namen zu erstellen. Nimmst du einfach ein paar Würfel? Genau. Schmeißt die einfach auf den Tisch. Und das Wort was da unten rauskommt. Das ist dann der Name. Dementsprechend ist es nicht immer ganz leicht. Die wirklich auszusprechen. Selbst nach Jahren, wo man da gelebt hat. Kommt man doch immer mal wieder entstolpern. Wie unser beliebter Lieblingsname. Nierf. Ihr dürft alle mal versuchen zu schreiben. Wie schreibt man Nierf? Und wir sind gespannt, was ihr da raus macht. Genau. Oder versucht es mal zu googeln. Es ist köstlich. Es macht Spaß. Aber zurück zu unserem kleinen Café. Ja es war zufällig. Wir waren auf dem Ausflug. Genau. Und ich habe das zufällig auf dem Café gesehen. Das hat mich total angesprochen. Also wenn ihr selber mal nachgoogelt. Die haben eine wahnsinnig schöne Ladenfront. Und das ist so auffällig. Und da habe ich gesagt. Da müssen wir rein. Das müssen wir uns einfach mal angucken. Und ja. Und dann waren wir auch drin. Das ist auch wieder ganz ganz klein. Also es ist alles nichts für große Familienfeiern. Sondern wirklich klein und schnuckelig. Aber das Beste war definitiv der Carrot Cake. Genau. Es war nämlich tatsächlich der erste. Also als Deutscher habe ich mir mal gedacht. Karottenkuchen. Na das kann ich mir nicht vorstellen. Denn zur damaligen Zeit gab es das auch in Deutschland noch gar nicht so viel. Wie es mittlerweile eigentlich schon gibt. Aber dort habe ich mein allererstes Stück Carrot Cake gegessen. Und es war fantastisch. Es war einfach super. Also mein Empfinden. Aber ich kann es nur weiter empfehlen. Der Kuchen dort ist auch hand und selbst gemacht. Einfach genial. Ja was man bei Carrot Cake wissen muss. Carrot Cake fällt und steht. Hängt. Wie sagt man das so schön? Ja steht und fällt. Tatsächlich an dem Icing. Wenn das Icing nicht gut ist, dann ist der Carrot Cake auch nicht gut. Also das ist wirklich so das Tüpfelchen, was stimmen muss an dem Kuchen. Genau. Das Icing ist diese weiße Schicht oben drauf. Und das macht den Geschmack aus. Also ja da gibt es wirklich guten. Also wenn ihr in Donegal seid, fahrt doch da einfach mal vorbei. Dann kommen wir schon zu Nummer 3. Ein ganz verstecktes Eckchen. Paddles and Boots and Lorac. Ganz versteckt in einem Post Office drin. Lorac ist eine sehr sehr kleine Gemeinde. Ist auf der Halbinsel Birra. Ganz genau. Und wenn man in Lorac vorbeifährt, es ist eine Gemeinde, die ist sehr gestreckt und sehr gezogen. Also als Deutscher würde man nicht erkennen, dass es überhaupt irgendwie ein Städtchen sein soll. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, genau. Aber da gibt es tatsächlich mittendrin so ein kleines verstecktes Post Office. Und da ist ein kleiner Teil von abgetrennt. Und das ist dieses Paddles and Boots. Und Paddles and Boots hat unter anderem auch Kuchen. Vor allen Dingen auch to go. Also es ist immer ganz süß. Da kriegst du kleine Pöttchen und Gerbliche dabei. Und dann kannst du es wirklich mitnehmen und kannst dich da irgendwo auf dem Felsen setzen oder auf die Wiese. Und kannst dein Stückchen Kuchen und deinen Kaffee genießen. Das ist immer ganz schön. Genau. Zudem haben die auch noch kleine Chipstüten sogar. Also verschiedene andere Sachen. So spezielle Produkte aus dem Umkreis. Direkt in Irland hergestellt. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr Kinder habt. Die hatten früher immer solche Dinosaurierchips. Und die gibt es tatsächlich nur da. Andererseits ist es wirklich schwer dran zu kommen. Und die sind echt mal richtig lecker. Also Kinder lieben die echt über alles. Genau. Also es ist wirklich so ein kleines verstecktes Ding, wo man reingeht. Man hat so Produkte aus dem näheren Umkreis. Selbstgebackenen Kuchen. Auch einen Kaffee, den man mitkriegt. Und die geben sich unheimlich Mühe. Sind unheimlich liebevoll. Ja, kann man definitiv empfehlen. Vor allem man kann auch schön draußen sitzen. Man hat so eine kleine Sicht auf so einen kleinen See. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Was ich aber sagen muss. Die haben bestimmte Öffnungszeiten. Und zwar sind die nur geöffnet, wenn St. Patrick's Day gewesen ist. Und bis Oktober, glaube ich. Oktober ungefähr, genau. Und danach schließen die. Das heißt quasi von Oktober bis dann in St. Patrick's Day haben die komplett geschlossen. Das heißt, da steht ihr dann vor einer Zuntür. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Alles, was nicht in größeren Städten. Also größere Städte in Irland sind doch relativ. Aber alles, was nicht in größeren Städten ist. Oder keine Ketten. Oder keine Supermarktketten oder sowas. Sind meistens über die Weihnachtszeit. Also von Oktober bis März ungefähr geschlossen. Das heißt, wenn ihr mal plant, irgendwie nach Oktober, also in der Winterzeit irgendwie vorbeizuschauen. Wundert euch nicht. Diese Läden sind dann meist, alles was so Ferienregionen sind, geschlossen. Ja, Leute. Das muss man wissen. Gut. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten. Auch das wieder so ein zufälliger Fund im Vorbeifahren. Familie hat Hunger? Mehr oder weniger. Ja, eigentlich liegt es daran, wir sind in ein Ferienhaus gefahren, was man in Irland so ganz gerne macht. Weil wenn man Hunde hat, da kommen wir aber nochmal in einem anderen Podcast dazu. Es ist immer nicht so leicht, die abzugeben. Und dementsprechend ist man dann doch mehr in Irland und geht dann in Ferienhäuser eben und macht dort Urlaub. Und unsere Freunde sind auf die Idee gekommen, lass uns doch mal Urlaub machen, dein Mann hat Geburtstag, dann fahren wir doch einfach mal gemeinsam weg. Und ja, die sind etwas gesünder als wir, nicht so zuckerlastig. Wir naschen ja doch ganz gerne mal. Vor allem mein Mann, der liebt Schokolade. Aber ja, dann mussten wir einen Frühstücksladen finden, wo auch die sich mit einverstanden erklären konnten. So, Hilfe, Hilfe. Und ja, damit sind wir auf die Bäckerei gestoßen. Genau, weil die auch ein bisschen mehr anbieten als nur Kuchen. Und die heißt, das ist das Organico in Bantry. Bantry, ein schönes Ort, berühmt für seine Gardens. Also da gibt es auch noch viel, viel mehr zu sehen als das. Aber da sind die in einer der Hauptstraßen versteckt, das Organico, machen, wie der Name schon sagt, sehr viel organisch Sachen. Also versuchen sehr viel Naturprodukte herzustellen, nicht ganz so weit weg, was man halt so kennt. Und aber auch nicht nur Kuchen. Was hatten die noch? Weißt du das noch? Oh, die hatten Salat, Brot, alles Mögliche. Also man kann wirklich alles Mögliche, auch gekochte Sachen. Also die haben immer was Unterschiedliches im Angebot. Also ich denke, da wird jeder was finden. Das ist groß, also es ist gar nicht so klein, der Laden. Da kann man auch wirklich mit mehreren hingehen, sich bequem hinsetzen. Zumindestens, wenn keine Corona-Zeit ist. Aber empfehlen kann ich euch da definitiv. Unser Lieblingskuchen, das ist ein Orangenkuchen. Sieht so ein bisschen aus wie so Zimtschnecken aneinander gemacht, wie als Kuchen. Super lecker. Also sowas habt ihr tatsächlich noch nicht gegessen. Ganz genau. Also da kann man wirklich sagen, da findet man mal auch was Außergewöhnliches, was so ein bisschen abseits von der Reihe oder vom Standard ist. Gerade was man in Irland so bekommt. Also kann ich nur auch nur weiterempfehlen. Und ja, fahrt vorbei, wenn ihr irgendwie im Westen von Irland seid und da reinschauen könnt. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück in den Süden, in die südliche Mitte des Landes. Damit es auch schön kompliziert wird, kommt jetzt ein ganz interessanter Name. Das Cooper City Coffee in Kof. Kof ist eine relativ berühmte Hafenstadt, direkt am Wasser unten. Das ist die Einfahrt mit dem Schiff. Ich sage nicht, auch als letztes die Titanic losgefahren. Das war der letzte Stopppunkt der Titanic, bevor sie aufs offene Meer gefahren ist, ganz genau. Da gibt es auch einen berühmten Pier. Der ist zwar abgebrannt, aber in Kof gibt es diesen berühmten Pier, da wo die letzten Leute standen, die auf die Titanic gekommen sind. Also auch wer sich für die Titanic interessiert, definitiv sehenswert. Ich meine, die haben auch ein Museum dabei. Also definitiv, einfach mal nach Kof fahren, ist bis auf das Café definitiv ein Besuch wert. Genau. Und das Café, weil es relativ nah an unserer Heimat war, hat sich zu einem unserer Lieblingscafés gemausert. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich esse gar keine Sandwiches außerhalb. Ich sage immer, wenn ich außerhalb bin, dann muss ich was Vernünftiges essen. Aber da habe ich tatsächlich das allererste Mal Sandwich gegessen und das sollte man mal gemacht haben. Mein Gott, die sind so lecker. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das ist, ja. Sandwiches, also abgesehen von Kaffee und Kuchen, auch den leckeren Kuchen, den sie haben, Peanut-Teilchen, jede Menge verschiedene. Sie haben so eine richtig schöne Theke, wo man reingucken kann, was die verschiedene Sorten haben. Aber wirklich auch diese Sandwiches dabei. Getoastet, man kann die auch natürlich ungetoastet haben, aber getoastet. Auch Bagels sind im Angebot. Tunfisch, ich könnte mich reinsetzen mit Käse drauf und allem Möglichen, was man haben möchte. Aber auch Drinks, spezielle Eisgetränke. Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Und zwar sind wir mit unseren Kindern immer da hingegangen und da waren wir mit unserer jüngsten Tochter da. Und die wollte immer nichts trinken. Und weil die ist, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber unsere Kinder sind total stilles Wasser. Alles, was Kohlensäure hat, geht gar nicht. Und die waren immer so ein bisschen picky, was das Trinken angeht. Und dementsprechend haben sie immer gesagt, nee, ich will nicht. Und wir haben immer gesagt, dann versuch doch mal, nee. Und dann kam er an und brachte unserer Tochter einen Oreo-Shake. Und wir konnten uns gar nicht so richtig was darunter vorstellen. Es war so ein Riesenglas mit einem Strohhalm und so weiß und Sahne drauf und sah total toll aus. Und die Kleine hat das wirklich ausgetrunken, wo wir gesagt haben, okay. Ja, und seitdem, immer wenn wir in diesen Laden gegangen sind, der Oreo-Shake war, war definitiv Licht für unsere Tochter. Das war so das Lieblingsgetränk. Genau, das kam mit dazu. Also der Laden bietet wirklich schön auf jeden Fall Kuchen an und Kaffee. Man kann auch draußen sitzen, auch ein bisschen vor dem Laden, wenn das Wetter es zulässt. Da kann man aufs Wasser gucken, wenn eben ein großer Dampfer im Hafen liegt, wie die großen Ferienfreizeitschiffe, sage ich mal, die großen Pötte. Oder man kann eben auch ganz normal Bagels und so weiter essen, auch im Laden. Ist ein tolles Ding. Können wir einfach nur weiter empfehlen. Ja, definitiv. Also zumindest für die Damen, die Herren bleiben lieber zu Hause, denn wenn man da war, wird es teuer. Mein Mann musste das immer bitter erleben, denn die Frau hat immer jede Menge Kuchen mitgenommen. Das stimmt. Denn die haben so leckere Muffins in ich weiß nicht wie vielen Sorten. Und ich habe so ein Lieblings-Peanut-Karamell-Teilchen, das haben sie auch immer da gehabt. Und was definitiv Licht war, meistens haben wir sogar tatsächlich zwei mitgenommen, ist der Luspere, äh Luspere, nicht Luspere, sondern leckere Knusperpralini irgendwas Kaffee. Genau, ein Latte Macchiato, ne? Also, ihr hört, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Und, äh, wir waren schon so bekannt, man sagte schon immer, wir können da anschreiben lassen, weil wir da auch immer mit einem riesen Berg, immer mit Sachen rausgegangen sind. Das war einfach so. Genau, die wussten schon immer, wenn wir kamen, dann hat sie schon gleich wieder eingepackt. Die wusste schon genau, was wir wollten. Oh ja. Wie gesagt, meistens haben wir zwei Kaffee getrunken, haben uns erstmal einen mit rausgenommen, denn direkt davor kann man wunderschön spazieren gehen im Koof und kann aufs Wasser gucken. Da ist direkt ein großer Spielplatz mit dabei, wo die Kinder auch spielen können. Inzwischen haben sie einen zweiten ganz großen hinten, der nur zu empfehlen ist, definitiv. Dementsprechend, also da im Koof kann man auch seine Zeit verbringen, vor allen Dingen, wenn man auch Kinder hat. Da können die sich auch mal richtig austoben, vor allen Dingen auch bei schlechtem Wetter. Das sind die Spielplätze in Irland, sollte man vielleicht mal erwähnt haben. Es sind ganz Jahre Spielplätze, die sind nämlich mit Gummimatten ausgelegt. Da gibt es nicht so Sandkasten und keine Wiese und nichts. Das heißt, auch im Winter, wenn es etwas kälter ist, kann man trotzdem mit den Kindern wunderbar auf den Spielplatz gehen. Und das ist immer ganz gut, da können die sich definitiv mal austoben. Also die Eltern einen warmen Kaffee in die Hand, die Kinder rumtoben, das ist immer eigentlich ganz schön. Genau. Also, auch eine Empfehlung. Hin zu Koof werden wir, denke ich, nochmal einen extra Podcast machen. Dann gehen wir nochmal mehr drauf ein, was auch so um Eck ist und was man auch noch findet. Und, ja, kommen wir zu unserer nächsten Empfehlung. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen vom klassischen Kaffee eigentlich weg, zu einer Kette. Und zwar zu einem Starbucks. Dieser Starbucks ist, klar, es ist ein normaler Starbucks, aber seine Lage ist speziell. Denn der Starbucks liegt in Dunleary. Und Dunleary ist ein Ortsteil von Dublin. Genauer gesagt, in der Marine Road. Das hat er total falsch gesagt. Also jeder, wer den Film per SLO für kennt, mal Werbung machen, der weiß genau, dass es nicht Dunleary heißt, sondern Dunleary. Also, ihr findet es in Dunleary. Genau. Und es ist ein Starbucks. Und der Starbucks ist auf einer leichten Anhöhe. Und wenn man vorne sitzt, kann man aufs Meer schauen. Ja, das ist nochmal ganz schön. Die haben da so schöne Sessel und da kann man tatsächlich mal rausgucken. Also wir sind ja, vor allem ich, absolute Starbucks-Fans. Ich weiß, es ist eine Kette. Und jetzt kommen wieder die ganzen Kommentare. Ich liebe den Kaffee trotzdem. Also versuch das gar nicht erstens mir auszureden. Ich bin durch und durch Starbucks-Fan. Und ich gehe in jeden Starbucks auf der ganzen Welt, den ich irgendwo finden kann. Und so sind wir natürlich auch zu dem gekommen. Und da kann man wirklich mal schön sitzen in den großen Sesseln und mal einfach aufs Wasser gucken. Da kann man wirklich mal frühstücken gehen. Das ist immer ganz schön. Natürlich, wenn man Kinder dabei hat, man weiß selber, wie das ist. Dann ist es nicht ganz so ruhig und entspannt. Aber definitiv ein Besuch wert. Ganz genau. Und das macht wirklich die Atmosphäre und der Blick. Denn ich weiß nicht, wie viele Starbucks es auf der Welt gibt, die einen Blick aufs Meer haben. Aber in Irland ist es, glaube ich, mit einer der einzigen, die es überhaupt gibt. Definitiv. Ja. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch eine Empfehlung. Wir waren gerade ganz traurig. Wir haben nochmal nachgeguckt. Wir gucken immer so ein bisschen, dass wir up to date bleiben. Und das ist diese ganzen Läden, die wir euch natürlich auch noch aufzählen, dass die auch noch alle existieren. Und da mussten wir leider feststellen, dass unser Lieblingsdonutladen und unsere deutsche Bäckerei, wo wir immer in Dublin gewesen sind, dass die leider geschlossen haben. Ganz genau. Also es gibt auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, wenn ihr, egal ob in Dublin oder in Cork seid, und es gibt eine deutsche Bäckerei, probiert das doch einfach mal aus. Auch Donutläden. Aber sowas kann man auch dabei so deutschen Bäckern finden. Ja, definitiv. Also auch gerade für Donuts. Ich bin ja so ein Donut-Fan. Ich gebe es dir ganz ehrlich zu. Kaffee und Donuts, ich sage immer, das ist für mich mein Leben. Das muss drin sein. Mein Mann ist immer schon, der läuft immer schon weg und hält schon die Brieftasche fest, wenn wir wieder an einem Donutladen oder an einem Starbucks vorbeikommen. Und das ist gar nicht so einfach, die Frau von wegzuhalten. Das stimmt. Also das ist, ja, das ist mein Leben. Aber nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, ist, die Donuts in Irland, die sind tatsächlich anders gemacht. Und zwar gibt es hier auch viel mit so Blätterteig. Also das ist wirklich super lecker. Das gibt es in Deutschland tatsächlich ganz selten. Und auch überall anders habe ich das noch nicht viel gesehen. Das heißt, die schmecken auch anders. Das Einzige, was ich sagen muss, Donuts sind immer relativ teuer. Also wir haben damals zwischen drei und vier Euro pro Donut bezahlt. Das heißt, das ist wirklich nicht günstig. Das sollte man tatsächlich im Vorhinein wissen. Und in Irland ist es oft so, die Läden haben so viel, wie sie haben. Und wenn es leer ist, dann ist es leer und dann machen die auch zu. Das heißt, gerade die Donutläden, die schreiben gerne auf der Facebook-Seite, ob sie noch geöffnet haben oder nicht. Das vielleicht vorher checken. Weil sonst kann es sein, dass ihr tatsächlich vor einer zuen Ladentür steht. Nicht, weil die keine Lust mehr hatten, sondern weil die einfach ausverkauft sind. Und wenn ihr dann so verrückt seid, so wie wir, na, beziehungsweise ich musste ja mitziehen, weil die Frau sagt, bevor wir keine Donuts mehr kriegen, müssen wir ganz früh morgens in Dublin durch die City fahren, wo keiner auf den Straßen ist, also alle noch so halb betrunken irgendwo in der Ecke liegen, dann kann es auch passieren, dass mitten aus der Querstraße ein Bus mit lauter Wikinger bestückt vorbeifährt und schreit, hey! Dazu vielleicht auch in einer anderen Podcast-Folge mehr. Es ist auf jeden Fall interessant. Probiert es aus. Die Donuts sind auch relativ groß. Die sind nicht so klein wie in Deutschland meist, sondern es sind große Donuts. Das heißt, für den kleinen Hunger sind die auf jeden Fall mehr als ausreichend, wenn man davon ein isst. Jetzt fällt mir ja noch einer ein. Wir haben ja tatsächlich einen unterschlagen. Ah, welchen? Schande über uns. Und zwar gibt es ein ganz kleines Post Office in Ivory's. Heißt das so? Ivory's? Ivory's, ja. Ivory's. Das sollte man erwähnt haben. Die haben zwar keinen tollen Kaffee vor Ort, sondern einfach nur eine Kaffeemaschine. Lass es mich so formulieren, aber es ist tatsächlich eine ganz lustige Kaffeemaschine. Da muss man so ein Plastik-Pett reinstecken, genau. Reinstecken, also das habe ich tatsächlich noch nirgendwo anders gesehen. Das ist das Einzige, wo ich das kenne, wo es das tatsächlich so gibt. Aber der Kaffee ist trotzdem sehr lecker. Und warum haben wir immer angehalten in diesem Post Office? Weil die haben Gummibärchen. So wie man das kennt, wenn man so Kind der 90er ist, da gab es ja früher auch immer so diese Gummibärchen-Packungen, wo man sich so einzeln rausfischen konnte für 5 Cent oder beziehungsweise damals waren es ja noch Pfennige. Und das gibt es tatsächlich da auch. Und wir waren ja immer mit unseren Mädchen dabei und die haben natürlich geliebt, es geliebt so rum da anzuhalten, weil dann haben Mama und Papa wieder eine große Tüte mit Gummibärchen besorgt, die sie natürlich auf der Rückfahrt dann knabbern konnten. Das heißt, das ist definitiv eine Empfehlung. Vor allen Dingen auch im Winter kann ich das tatsächlich empfehlen. Die haben nämlich tatsächlich das ganze Jahr geöffnet. Genau. Weil die schmücken wahnsinnig schön das kleine Dörfchen. Das ist auch sehr bekannt für seine bunten Häuser. Das hat man also vielleicht schon mal, wenn man ein Irland-Fan ist, hat man das vielleicht schon mal mitbekommen. Ja, das hat auch schon öfters eine Auszeichnung als Tidy Town bekommen. Von daher ein schönes Fleckchen und in einem Post Office, weil es ja ein Post Office ist und auch öfters aufhat, gibt es auch ganz viele normale Sachen wie Milch, Brot und andere Sachen auch zu kaufen. Das heißt, man findet garantiert da was. Definitiv. Und eines der wichtigsten Sachen in Ivory's, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, gibt es tatsächlich auch eine Toilette. Denn Toiletten in Irland ist tatsächlich nicht so einfach zu finden. Und die haben tatsächlich eine und die ist tatsächlich auch sauber und ordentlich. Das heißt, da kann man tatsächlich auch mal anhalten mit den Kids gerade und da einfach mal, ja, auf Toilette gehen. Aber das werdet ihr feststellen, gerade wenn ihr in Irland seid. Toiletten und Mülleimer, das ist so eine Sache für sich. Auch das wieder etwas für einen neuen Podcast. Ja. Ja, ich denke für heute haben wir euch alles erzählt. Ganz genau. Wir haben euch so ein bisschen versucht, einen Blick zu geben über das Thema Bäckereien. Natürlich wollen wir euch nicht ganz alles erzählen, weil ihr sollt natürlich auch selber ein bisschen entdecken dürfen. Googelt doch einfach mal nach oder wenn ihr dorthin fahren wollt, schreibt euch die Adressen auf, geht dort mal vorbei, schaut euch das an und wenn ihr wollt, zeigt doch mal oder meldet euch bei uns auf den Twitter-Accounts oder auch dem Instagram-Accounts mit euren Erfahrungen, was ihr gesehen und erlebt habt und was ihr dort probiert habt. Ja, das würde uns sehr freuen, auch mal up-to-date zu sein, wie es inzwischen da ist, wie es da aussieht. Das verändert sich ja doch immer mal, weil auch in Irland ist es gerade so, leider, mal hat man einen Store, der ist gerade noch offen und am nächsten Tag hat er schon wieder geschlossen und dann sind wieder schon wieder drei andere Läden da, dafür sind drei andere wieder zu. Also Irland ist tatsächlich da wirklich immer im Wandel. Also alles, was gestern da war, heißt nicht, dass es heute noch da ist. Ganz genau. Also viel Spaß bei mir im Decken. Genau. Wir freuen uns dann auf den nächsten Podcast mit euch und bis dahin sagen wir Tschüss. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Sarah und euer Thomas. Tschüss.